Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu Frischmärkt, der Sendung von GOP, in der Sie regelmässig über ein aktuelles Frischprodukt informiert. Auch Armin Amrein, Chef des Le Club auf dem Bürgerstock, ist heute wieder bei uns zu Gast im Studio. Er wird uns, wie gewohnt, mit einem feinen Rezept überraschen. Grüezi miteinander. Zu den Spitzenreitern im Gemüse-Rajon gehören nicht nur, wie man vielleicht meinen könnte, exotische Züchtungen aus aller Welt, sondern nach wie vor alte Bekannte aus einheimischem Anbau. Rund ein Drittel macht der Anteil der Herdöpfel zu dieser Jahreszeit in unseren Läden aus. Diese unscheinbare Knolle hat aber auch einiges zu bieten. Für unsere Ernährungsberaterinnen zählt sie zu den wichtigsten Nahrungsmitteln, weil sie wichtige Stoffe in einer idealen Zusammensetzung enthalten. Was ist das zum Beispiel, Claudia? Zum einen sind das Kohlenhydrate, das den Körper in Form von Stärke mit Energie versorgt, dann Nahrungsfasern, die die Verdauung in Schwung halten, und Vitamin C, die einen guten Teil des Tagesbedarfs abdeckt. Zudem wird das Eiweiss aus den Herdöpfel besonders gut vom Organismus verwertet. Herdöpfel helfen ausserdem beim schlankwerden und schlankbleiben. Sie bestimmen nämlich zu rund drei Vierteln aus Wasser. Und 100 Gramm Geschwälte zum Beispiel liefern gerade bescheidene 80 Kalorien. Danke, Claudia. Erstaunlich, was alles in so einer unscheinbaren kleinen Knolle steckt. Noch immer beliebt bei uns sind die Herdöpfel, die man möglichst vielseitig zubereiten und für alles brauchen kann. Unsere Schweizer Bauern beliefern uns aber auch mit neuen Sorten, die den verschiedensten Ansprüchen gerecht werden. Je nach Vorliebe und Verwendungszweck haben sie bei uns darum das ganze Jahr die Wahl zwischen den verschiedenen Sorten. Jetzt gerade sind das die Charlotte, die Urgenta, Nicola und natürlich die allseits bekannte Pintier. Auch Herdöpfel von Cobb Naturaplan können wir Ihnen quasi frisch vom Feld anbieten. Für den biologischen Anbau eignen sich ja besonders gut die robusteren Sorten wie die Charlotte, die jetzt gerade geerntet wird, oder die Agria, die man auch schon da und da in unseren Läden antrifft. Die festkochende Spezialsorte Charlotte eignen sich ja besonders gut für Rösti. Und ich bin überzeugt, dass Armin Amrein auch diesmal wieder etwas ganz Spezielles daraus macht. Ja, es ist ein richtiges gotthartes Rezept. Herdöpfel aus der Schweiz und Zutaten aus Italien. Oder ganz einfach eine Rösti-Pizza. Dann bin ich mal gespannt, wie das gemacht wird. Die Herdöpfel grob reiben und zusammen mit presstem Knoblauch und italienischen Kräutchen im Olivenöl leicht anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Mischen und zu einer Kuchen formen. Bis jetzt also eigentlich wie eine ganz normale Rösti. Richtig. Jetzt 10 Minuten bei kleinster Hitze weiterbraten, bis sich eine schöne Kruste gebildet hat. Dann die Rösti kehren. Mit Anlauf? Nein. Mit Tomatenscheiben und Mozzarella-Streifen belecken. Und mit Oregano bestreuen. Noch mal 10 Minuten braten. Dann die Rösti-Pizza anrichten und kurz im Ofen auf der Grillstufe gratinieren. Und mit einem Oregano-Blättchen garnieren. Mh, eine Pizza, wie man sie nicht jeden Tag überkommt. Und mindestens so gut, wie sie aussieht. Bestimmt. Danke, Armin. Weitere lustige Rezepte mit Herdöpfel finden Sie übrigens auch im Buch. Feines aus Kartoffeln von Betty Bossi. Was Sie mit dem Coupon aus der Beilage der Coop-Zeitung dieser Woche bestellen können. Weiter geht es mit dem Hinweis auf die Aktionen. Ein zweieinhalb Kilo Herdöpfel-Sack Charlotte gibt es für 2,50. Ein Kilo Dohl-Bananen kostet 2,20. Und 100 Gramm Hinterschinken kostet 1,85. Mit der Go-Profit-Karte gibt es einen Racklichässchmelzer für nur 45 Franken. Denn Sie wissen ja, Go-Profit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Wir haben alle Bekannte, Nachbarn, Mitarbeiterinnen oder Sonstöpfer, die uns jeden Tag kleinere oder grössere Dienste erweisen und so dafür sorgen, dass unser Leben ein bisschen leichter und angenehmer fällt. Morgen am Dankeschöntag können wir uns einmal revanchieren und mit einem Sträusschen für alles tanken, was wir normalerweise als selbstverständlich anschauen. Passende Vorschläge, auch dieser schöne Strauss da, wie alle Schnittblumen bei Coop mit Haltbarkeitsgarantie, hat unsere Blumenabteilung für Sie parat. Ja, auch ich möchte mich jetzt bei Ihnen bedanken, nämlich, dass Sie Zeit gehabt haben und dass Sie zugeschaut haben. Heute in einer Woche sollten alle Heimwerker das Coop-Studio nicht verpassen. Weiterhin einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.